Wie repräsentiert man jetzt rationale Zahlen im Computer? Wir haben bis jetzt gelernt, wie man ganzheilige Zahlen repräsentiert, wie man auch negative Zahlen repräsentiert. Alles was uns bleibt, sind die rationalen Zahlen, also diejenigen mit einem Komma. Eine Möglichkeit wäre, sich zu überlegen, wie viele Stellen möchte man vor dem Komma reservieren und nach dem Komma. Sagen wir mal 4-Bit vor dem Komma, 4-Bit nach dem Komma. Damit wird aber relativ schnell klar, dass man sehr eingeschränkt ist in seinen Möglichkeiten, weil man eben von diesen 4-Bits nicht mehr raus kann. Wenn die Zahl etwas größer ist und überhaupt kein Komma hat oder nur eine Zahl hinter dem Komma, dann kann man sie nicht mehr so gut repräsentieren. Genau das gleiche gilt auch für sehr kleine Zahlen. Also die erste Erfindung, die man sich so vorstellen kann, wäre eine sogenannte Fließkommazahl, wo das Komma eben fließt. Wie funktioniert das? Wenn ich mir eine Zahl angucke, 101110111 und so weiter, dann kann ich irgendwo entscheiden, wo jetzt mein Komma kommt. Ich könnte das Komma hier setzen, aber ich könnte das Komma auch hier setzen oder ich könnte es auch hier setzen. Das bedeutet, außer der Zahl, die ich eigentlich speichere, brauche ich noch wahrscheinlich eine relativ große Zahl, wo ich speichern kann, an welcher Stelle mein Komma eigentlich ist. Das bedeutet, ich verschwende auch relativ viel Speicherplatz, um nur zu sagen, wo dieses Fließkomma eigentlich hingehört. Das ist aber schon sehr gut, denn immerhin können wir auf diese Art und Weise mit der gleichen Anzahl von Bits sehr große Zahlen speichern und auch sehr kleine Zahlen. Noch besser ist allerdings das, was man heutzutage im Computer benutzt. Und das ist ein kleiner Trick aus der Mathematik. Dort kann jede Zahl so dargestellt werden, zum Beispiel die Zahl x, da sie zuerst ein Vorzeichen erhält, dann eine sogenannte Mantisse und dann eine sogenannte Exponent. Was ist jetzt hier was? Wenn wir uns dieses Teil hier angucken, minus 1 hoch s, s könnte entweder 0 sein, dann wäre das Vorzeichen eine 0 oder eben eine positive Zahl und wenn es eine 1 ist, dann hätten wir negative Zahlen. Was ist also die Mantisse? Die Mantisse ist ein ganz zahliger Teil der Zahl, wo wir jetzt auch dieses Komma noch reinsetzen müssen. Das passiert hier. Die Basis ist erstmal in Binär immer die 2 und das, was jetzt interessant ist für uns, ist diese Exponente. Diese Exponente gibt uns an, wo genau eigentlich das Komma steht. Auf diese Art und Weise kann man sehr große Zahlen und sehr kleine Zahlen sehr gut repräsentieren mit sehr, mit einer optimalen oder einer minimalen Anzahl von Bits. Das zeige ich Ihnen auch, wie das normalerweise im Computer gemacht wird. Das Format ist folgendes. Dies ist das sogenannte IEEE. Das ist eine der größten Organisationen für Standardisierungen in der Digitalwelt. Die Nummer 754 Standard. Und hier sehen wir ganz schön, dass man in 32 Bit, die ist genau 32 Bit von 0 bis 31, von 0 bis 31. Der höchste Bit ist das Vorzeichen. Dann kommt die Exponente, kommt als erste. Das wäre dieses Teil hier. Und danach kommt eben die Mantisse. Das wäre dieses Teil hier. Und das ist auch bei unserem Arduino oder in unseren Computern eben der Standard für Single Precision, also einmalige, einfache Genauigkeit, das man eben beim Programmieren auch am öftersten benutzt. Was wäre wichtig zu beachten, wenn Sie mit Gleitkommazahlen im Computer beim Programmieren rechnen? Das Problem ist, dass Sie mit der Anzahl der Bits eben limitiert sind. Und genau deswegen kann man mit ihnen eigentlich nicht perfekt genau rechnen. Das bedeutet, man sollte mit Null niemals vergleichen eine Gleitkommazahl, weil sie eben nie perfekte Null ist, sondern irgendetwas ganz, ganz kleines oder ganz kleines Negatives. Und was leider auch gilt, ist, dass verschiedene Berechnungen in einem sehr, in einer sehr hohen Präzision leider nicht möglich sind oder die Ergebnisse leicht unterschiedlich beziehungsweise falsch sind. Das muss man immer beachten, wenn man mit Gleitkommazahlen arbeitet. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020